Das ist richtig, das ist richtig schwer zu machen, Leute. Es ist richtig schwer, Tickets zu bauen, wie wollen sie das? Nö, ich hab ne Vision. Braust du Jobs? Flo, hör auf. Nein? Ich weiß nicht, nur so ne Ahnung. Flo macht mich garantiert durch den Feuerring springend, oder? Nö. Aber ich kann nicht machen, dass du stirbst von Heifischen. Aha. Eins, zwei, drei, vier... Warte mal, was hab ich da kommt? Wie macht man denn einen guten Thürkisch? Ich glaube, man macht hier so... Okay, ich hab ne Vision. Und ihr habt ne Mission, ja genau. Du meinst Topps in so nem Tanger. Nice. So. Ein Bohrradanzug meinst du? Ja. So. So. Ich werde dich töten. Identität. Ah, kacke. Deswegen postet Topps nämlich nie Sommerbilder, weil der hat keine normale Badewurst. Der hat immer so... Was heißt insgeheim, mittlerweile wissen das alle, oder? Tops, du musst es nicht im Video sagen. Du kannst es mir auch nachher schreiben. Ich hasse euch. Hast du euch einfach nur noch. Weißt du, nach dem Punkt kommt dann so der Punkt, wo man sich so denkt, ja. Der Punkt kommt den Rufzeichen, oder? Ey, Topps, jetzt musst du nicht peinlich sein. Tops, jeder von uns hat seine eigene Frau, liebe Monika. 5, 6, 7, 8. Wenn's bei dir halt das ist, dann unterstützen wir dich da auch. Ja, Onja, ich hasse dich auch. Also... Ich hab mir wieder echt keine Gedanken. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Nein, Ronja ist böse, Leute. Ihr müsst wissen, Ronja ist böse. Ey, was hat man einen Clown so an? Ah, Clown. Hm, so einen komischen gestreiften Anzug. Oh mein Gott, die Bon-Clown? Nö, ich war jetzt erstmal ein Zirkus. Ey, ich... Ja, genau das mache ich auch. Genau das mache ich auch. Hm... Aber ich habe natürlich noch die Zeit. Das heißt, das ist natürlich alles kein Problem. Ja, Ronja. Du mal verkackstest und dann sagst, Oh mein Gott, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe gerade gepöpst. So redest du. So redest du. So habe ich nie geredet, na. Ja, doch. So redest du durchgehen. Nö. Das fällt dir nur nicht mehr auf, weil du Ronja bist. Oh, ich muss es richtig guten Dings machen. Wer ist ein, äh, Augen von einem Clown. Ein Augen. Ein Auge. Ja. Du, 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 du... Du, 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 du. Du, 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 du. Oh nein! Ach, Tobenhagen! Was ist? Am оф teWH suntive. Ich mutee dich gleich wun du so weitermachtest. He 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 he. Also wenn ich jetzt nicht mehr auf Tops reagiere, dann wissen wir warum. Das Zelt sieht aus wie so ein Österreicher Zelt. Willst du etwas sagen, dass alle Österreicher Zirkus-Clowns sind oder was, Jörn? Nö, aber Zirkus-Clowns können ja wenigstens was, Tops. Tops ist bei mir ein Zirkus-Clown. Aber ich weiß nicht, wie das Schwein hier war. Aber kann dir das nicht interessieren? Das wäre doch cool, oder? Das wäre cool, oder? Das wäre doch cool, oder? Du meinst den Schwarzmarkthändler? Ich weiß nicht, wie ich Tops sein wollen kann! Du musst wirklich ein Schweinkopf machen. Das an Schweine schon gell? Oh, Ronja Hettklappe. Nein, Ronja gibt ihn noch nicht dazu Feuer. Du stiftest ihn an, du blödes Kuckuck. Ich finde das gut, dass er das macht. Ronja nein. also ich weiß nicht wie es die anderen sehen aber ich finde das schon okay wenn sich das zell ist fertig weißt du was wenn floh dann irgendwann mal weißt du irgendwann mal nicht damit errechnet dann werde ich dann kommen und werde ihn dings haben es da werde ich ihn dann fertig machen dann weiter nehmen dann weiter richtig doll ja ich habe die angst dass ich nicht fertig werde ich glaube ja das wird schnell nicht so an so ist die ganzen kids von heute sagen mach nicht diesen so ekelhaft ja immer so redet leute wer so redet hört auf damit das ist nicht cool das ist nicht schön das ist einfach ganz ehrlich das ist einfach ekelhaft oder ich finde diese jetzt wenn man so redet ich habe noch nie mach nicht diesen gehört ja das habe ich schon oft gehört das habe ich ja ich auch nicht diesen noch die schlüsse mann die gar vor allen dingen ist das kein richtiges deutschland ist auch nicht witzig du bist eigentlich und ja er steht aber so redet wenigstens deutsch ja heute ich sehe gut aus naja ich meine meistens so manchmal muss man schon sagen hat top sachen ein paar komische ausdrucksweisen ja florian hat die klappe deutschlehrer hätte das schon dings gehabt ja genau du mich auch ich hab dich auch ganz doll lieb nicht da aber jetzt ist zirkus zelt fertig bin da nicht mehr fertig mit meinem zirkus einfach kein zelt wir brauchen zelt bitte naja der kreativ ist hat ein zelt ne um schwebten sans weiter mit zelt ist leider fraglich bis jetzt mir auch bei mir sie ist eher so ein bisschen ja ein bisschen komischer aus aber dafür wenn es fertig ist wird bestimmt ganz hübsch aussehen ja es ist ob sie fertig wird aber wir werden sehen ich meine alles ein lernprozess bei mir sieht es aus als ob der arm abgeknickt ist ich habe gar keine armen also deine aber wie mache ich das schwein hier dazu so heute klappe habe ich noch so eine idee wenn du ihn als zauberer gemacht hättest könnte das schwein hervorzaubern weißt du ich mein ich hasse dich ronja eben noch einfach ermutigt dazu gibt es ihnen noch sogar ein ding zu helfen wo ich kann nein ronja das ist das ist falsch ronja das darfst du nicht machen da ist es ist ein zelt fertig gekriegt ich brauche noch irgendwie ja ich brauche mit dings oder redstone das passt zu dir hast du dein charakter der große haufen das bist du das spiegelt einfach alles von dir wieder weil ich probiere so ein feuer speier zu machen ich habe noch drei minuten und dann spalt er das schwein schlechte menschen ihr seid schlechte menschen weißt du einfach nee ich weiß nicht wie ich das schwein anbauen soll ich mache jetzt einfach mal kein schwein wenn sie zu aglias ist ja ich habe noch zwei minuten also von daher das ist nicht nett meine manche werden gerne als zwei bezeichnet bezeichnet ja von der ist da dementsprechend immer so wie ist mein mund wieder kaputt keine ahnung flo sagt wo es mir auch wie kann man denn ein lächeln machen du kannst gar nicht lächeln das kommt dahin und dann uff das sieht irgendwie komisch aus warte mal kann man das jetzt mund nehmen leute ne oder ne das sieht einfach ich sehe es nicht aber ich sage einfach mal nee und ja du bist für mich keiner kann man will jetzt was machen das heißt autoritätsperson mpcs ok ich mache das schwein ist nicht so gut aber ich meine es ist schon schön wenn man ein schwein hat eigentlich oder hast du jetzt ein anja auf dem ob rechtsklicken wie komisch aus aber gut das geschieht ihr recht das ding fertig glaube ich nicht ich habe es richtig verkackt ich wollte die wochen schwein mit dem sport erkennt besser als nichts also ich probiere hier so was letztlich links zu machen meine mpcs weg machen eigentlich ich habe jetzt maximal anzahl von partikeln verwendet herz ok aber wie soll man denn wie soll man denn bitteschön leuchtenden feuer stadt hier haben immer so 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 die 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 haben ja so öl im mund in der spucken die dann auf diesen feuer stadt aber wie soll man den gut darstellen in den stadt doch die haben sollen am 1 zu allol super kaka das ist wirklich das ist kaka das ist karussell das ist ja man sieht so bad aus äckte wohl eigentlich ist ein zirkus kannst du eigentlich auch sagen ist ja so ich glaube zirkus ist ja eigentlich dieses mit diesen ganzen schausteller nein ein zirkus ist mit klar und das ist okay ja das ist sogar die österreichische flaggen ja 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 ich weiß schon das typische ist in der wrong area was hat er geschrieben hat was ist das denn ich weiß noch nicht was dafür ich glaube das ist ein zirkus ich glaube das ist ein weg der lava ist super kaka super kaka so lädt die lava eigentlich nicht aus textur hä man kann doch der hat copy pastet man kann copy pasten wirklich mit ihr guck mal der hat das gepastet so ist gerade wie geht das doch ich hatte von anfang an recht aber guck mal das ist ein klar über lauer das ist florian sein über die lauerdings mit dem rad das kriegt doch hier am ende kann doch am ende oder gibt es ein legendary wo ist es auch tubsen das ist auch das ist ja gut auch guck mal also zählen bin ich habe jetzt aber trotzdem gut gegeben weil ich einfach fair sein möchte aber trotzdem floh hasser weiß ich glaube das ist das kann man da wenigstens eingehen wahrscheinlich hätte hat er zum schluss einfach sich reingebaut und hat das drin alles mit roter fleisch war da soll ich einfach rum ich habe gar nicht in der wrong area war das der typ aber jeder soll ich zu sagen das war eine andere das war eine andere heute eben ja hier ist wahrscheinlich ja 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 ich hab ja ich hab gedacht ich krieg das schnell gebaut das zelt und kann tatsächlich inhalt war ja meins ist das ding ist okay meins ist halt so das ding ich sehe ich sehe den fehler wenn er sich eigentlich aber der hat der hat keine ich kann ja kein zirkus zählt er kann zirkus zählt ja ist aber du warst hier mit der maske hat es auch gemacht okay ich gebe kacka keine ahnung also so ich weiß was dargestellt werden soll aber es ist einfach alles zirkus zählt habe ich bisher ein wort was ist das das sollte der feuerspeier sein also deswegen habe ich verkackt ein feuerzeug ja es ist halt so keine ahnung ich hab halt die maximalen partie geleber verwenden ich wusste nicht wie man dieses ja noch so hoch braucht uns von flammen an schutzanzug die sind die haben sich mit so öl eingerieben das ist das da kennt das kind tupf schon ja das ist doch 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 nicht brennt das genau das ist ja auch ein wort daher die schuhe es kriegt es geht es geht okay es geht okay es sieht nicht so cool aus es kriegten das ist das kriegt sogar ein episch wer eigentlich ist ja nicht glauben sondern zirkus eigentlich oder im zirkus ist wichtig super super ja tut mir leid das wirklich kacke also probieren mittlerweile ein bisschen gefärbt gefärbt gefährden ein bisschen fairer zu bewerten weil sonst ist es ein bisschen kacke weil man auch mit anderen die kacke sind die allerdings die müsste muss man schon sagen dass die kacke ist ja ja sonst verstehen sie nicht ja aber wenn du über jedem super kacke gibt es bei der höchste das kriegten gut da doppel österreich flagge das ist ja das doppel österreich flagge das ist doppel österreich flagge deswegen gibt es ich meine ein paar spinnenleben aus gründen kacke ist drin wahrscheinlich hat das sollten wahrscheinlich die netze sein dass diese diese weil die waren auch nicht also das ist gut ja es ist ich kann nicht wirklich erkennen was das sein soll also bühne mit den menschen die sich das angucken und dann halt der mit dem pferd da irgendwelche tricks macht ja keine ahnung richtig hunger ist das herum zäune kann nicht rein warm dafür dass man kann reingehen das geht ja ja komm 1 ist besser gewesen dass das kommt ja es ist besser weil es ist und muss dazu denken du musst also für mich die super kacke wenn es ein das thema vorbei ist oder das thema gar nicht so trifft oder wenn es etwas schlimmes aus meinst du so wie die schrecks aus deiner letzten folge ja und das ding ist halt so ich bin dritter das schwein hat mal wieder geholt ja ich hasse dich flo na ja gut bei johmann und die haben halt den zirkus auftritt von flo sehen wollt oder neben von trotz war ja dort stellen wir diesen ding so bisher hier nach diesen stund schlaf schön drüber schönes gut jo tschau